Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin bereit, zu allen Schandtaten bereit, kann man sagen Durch Zufall ist er... Oh, zwei sogar kassiert Ja, das war natürlich gezielt, ne? Freunde Zufällig ist es bei mir nicht Da könnt ihr von ausgehen Das ist alles reine Perfektion Was soll denn das sein? Die machen mir Angst Irgendjemand schaden oder so? Irgendwas bringen sie auf jeden Fall Glaube ich Außer das einfach nur Cooles Aussehen ist oder so Wer weiß das schon? Zehn Intigenz Hä? Doch, da Nehmen und Überbringen Geht mir nicht, Herr Schub So Geht keiner hin Ja, das ist schön, dass du pinkst, mein Freund Ich wollte gerade sagen, ihn interessiert das nicht Das ist geil, dass die Dinger das bringen Ich weiß nicht, wo ich bin Lol Really Really Richtig dumm Ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder wegzugehen Ich bin gerade so Komm, mate Ich kann mir diese Gang und Gummis an Scheiße Komm und tot Ja, ich Ja, ich Selbst drauf kommen können Ich dachte schon Wegen dem Assassinen Aber hier Mr. Nuklear ist ja auch noch da Klar Aber das war Ja, war ganz klar Meine Schuld Braucht man sich nichts vormachen Ich hätte weggehen sollen Auch wenn das natürlich echt ätzend ist Läufst da Kannst gar nicht sehen Oder wirst vor allem von so hässlichen Dingern da angegriffen Ich bin es gewohnt, dass ich mit Leertaste Dann zum Charakter zurückspringe Jetzt Von, von Lol her Da geht das ja immer so schön Und jetzt ist das nicht so Und dann ist man natürlich schon gleich in der Bredouille Okay, der ist down Da können wir nichts mehr machen Da sind auch drei Champions Ja, lass ihn rennen Da hat er Hat er nicht schnell genug reagiert Da ist schlawiner Aber Willst du damit auch rechnen Was ist das denn? Das ist ein Spieler von uns Okay Sieht Witzig aus Sieht Das ist ein Tor Hat er mir jetzt den Kehl noch geklaut? Arschloch, Alter. Oder? Ne, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Das wäre richtig assi gewesen. Es sah ja schon fast so aus, wenn das drauf ausgelegt wäre. Ne, Freundchen? Ich hab dich im Auge. Gucke, ich gucke. Hm. Es gibt viele... äh, sehr, sehr viele interessante Charaktere hier, muss ich sagen. Die ich alle gerne mal spielen würde. Aber es wird irgendwie die Dimension vom Let's Test natürlich sprengen. Muss ich gestehen. Spielschock schon, also. Sieht sehr gut aus. Ah, da, da, doch. Doch, gekillt. Oh, was war der denn da? Sehr gut. Hat noch einen gekillt. Ja. So sag die Spirits. Deine true Form. Ha! Mh, hau lieber, Freundchen. Ich kann noch anders. Es wird Nacht. Deine true Form ist unter Attack. Ich kämpfe! Aua, 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 aua. Der macht einen Schaden. Das ist schon abartig. Das ist schon abartig. Ähm, kann ich das endlich? Ähm, kann ich das endlich? Oh, nee, alter, nebenan, ja. Das könnte ich. Toll. Aber ich bin ja in der Nähe vom Secret Shop. Warum eigentlich nicht? Ähm, der war doch irgendwo hier, ne? Da. Ist ja in der Nähe. Jetzt kommt. Der können wir richtig mit der Mana mal rumklotzen. Ah, ich hab ihn doch schon klar. Ich brauch ja gar nicht das Oberteil. Ich brauch ja... Ja, 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 ja. Sehr cool. Leben, Mana. Oh, das ist auch nett. Aber ich brauch eigentlich was, was Intelligenz gibt, ne? Oder? Nee, das ist nicht das, was ich suche. Da, Intelligenz. Was kann man daraus machen? Daraus kann man nix cooles machen, finde ich gerade, ehrlich gesagt. Das bringt 10-Stärke-Intelligenz. Naja, okay, relativ. Dann nehm ich doch lieber das hier, ne? Hm. Intelligenz ist nicht so vertreten. Nicht so wie anderes. Das sind die beiden. Gut gemacht. Plex, sehr gut. Sehr, sehr gut. Plex hat... Ist die da? Ich will mehr Schaden machen. Das gefällt mir nicht. Ich bin ein Spieler, der gerne sehr viel Schaden raushaut. Ich bin weniger für Tank und weniger für Support oder so. Scheiß. Schaden, 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 Schaden. Ich bin lustig. Na Gott. Ähm... Kann man irgendwie... Intelligenz eingeben? Nein. Natürlich nicht. natürlich nicht das sind aktivieren ausweichen ausweichen oder magie das ja auch alter com a b d ok unter magie ist das unter magie ist das nicht oder wie oder geht das hier auch unter schaden oder das ist natürlich die frage das weiß ich gar nicht das wäre mal was das hier das sieht auch sehr gut aus dring dringend ja dann kommt schon die kleineren ich will nicht klein ich will groß werden natürlich muss ich danach gehen und 20 alle das wäre natürlich am besten hier unser unsere frau dreht auf oder wie ich glaube die ist nicht schlecht die dreht auf habt ihr gar nicht so eine großen chance oder entgegenzdinger dabei oder wachsen bäume die warte noch nur darauf wie so eine geier was ist das hier für lady power sieht aus wie die gleichen wo es einmal leben und einmal tot die eine hat so viel mit dem feuer gespielt ha 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 und kleiner scherter rande jetzt kann man wieder im tower raum das ist auch scheiße das ist auch johol Alter, jetzt dreht er richtig auf. Alter, was geht jetzt denn ab? Ist es 2 aktiv? Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht lesen in der Zeit. Nicht so nebenbei. Nein, ich werde vom Tower beschossen. Nein. Warum? Warum immer ich? Warum? Warum immer ich? Das ist so unfair. So, ja, komm. Plus 10 nehmen wir natürlich, klar. So, ja, plus 25 auf alle Attribute ist schon eine nette Sache, glaube ich zumindest. Hoffe ich. Nicht, dass ich mich da die ganze Zeit völlig verkaufe. Kann natürlich auch sein. Alter, was hat ein Angriffstempo? Was? Was hat sie denn da? Okay, das ist irgendwas, was sie ausstammt. Geht, wer hat auch noch ein Angriffstempo? Alter. Ach so, aber nur wenn man es aktiviert. Okay, die spielt auch so ein Aktivierungsdinger. Okay, ja gut, wer kann, der kann, ne? Also, ich kann das nicht, gebe ich ja zu. Aber man sieht ja, dass es durchaus effektiv zu sein scheint. Sie hat, naja, okay, 8, 6. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. So, 8, 6, 9, alter, hier, 9, 0 und 11 Assists. Jetzt raute noch mal raus. Einfach, weil er es kann. So. Können wir noch mal nach Hause? Äh, die Front ist verteidigt. Die Top Lane. Tja, wir gehen los. Die sind nicht ganz voll, aber das macht nichts. Guck mal, ah, bis hier vorne heilt er noch irgendwo. Wird ja noch ein bisschen Action mitkriegen, ne? Jetzt ist der Spaß vorbei, glaube ich. Also, unsere Leute drehen ja voll ab. Hier, unser, unser Kollege da wieder. Der dreht jedes Spiel. Ist ja am Abdrehen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich akzeptiere Ihre Gelegenheit. Straftat, Ball an Sie. Ich gehe. Wohin willst du, mein Süßer? Ich dachte, wir machen hier die Sache kurz mal fertig. Haben wir. Der Manns-Modell-Ball hat uns geholfen. So, das haben wir ja. Sehr gut. Zumindest habe ich noch einen Schaden rausgehauen. Ha, ha, ha. Schießt weiter, meine Kinder. Schießt weiter. Ja, schießt. Die machen echt guten Schaden, ne? Ich habe mich für die Menge geopfert, kann man sagen. Stimmt sogar, wenn ich meine Assists sehe. Das hätte eigentlich bei den Kills stehen müssen. Ne, ich bin von dem Sterdo-Schamann nicht so begeistert. Man kann, Schweine kann man die machen. Aber mein Typ ist er nicht. Also, er ist mein Spielcharakter ist er nicht. Aber da habe ich schon mit anderen besser gespielt. Oh nein, sie ist gestorben. Wo ist unser, unser Killer? Ach, da vor oben. Jetzt geht er da. Ah, Gottlike. Halter, er dreht richtig auf. Was? Ui, so viel kostet das? Das ist aber ganz schön viel. Verdammt. Hundert Gold fehlt mir. Das ist auch ärgerlich. Dafür ist loszuziehen, ne? Na, Gott. Ähm, hier bringen wir das mal. Ich glaube, ich benutze ihn noch ein bisschen selten. Alter, das sieht aber schon mal heftig aus, ne? Ich meine, die ganzen Bäume und alles weg, ne? Aber er hat ihn trotzdem nicht gerettet, aber es sieht Hammer aus. Es sieht richtig Hammer aus. Verstehe ich, was die jetzt hier noch so rumspielen die ganze Zeit. Ich meine, die könnten alles wegkloppen. Die arbeitet auch mit einem Blutstein. Hätte ich den auch holen sollen? Wer wirkt irgendwie jetzt Selbstmord? Weiß ich nicht, ob das unbedingt mein Ding ist. Sehr gut. Ja, meiner ist eher der Assistenz-Typ. Auch so von dem, von dem Stun, Stun, ne? Schaden ist doch eher dann das geringere Übel bei meinem. I'm not too olden. The enemy's middle tower has fallen. I fight! So. I'm not real action. I'm coming. I'm muted. I'm muted. I'm muted. I'm fired. I'm fired. Boom. Oh, er hat mich noch gekillt. Das ist aber nicht nett. Naja, meine Freunde, good game, good game, good game, kann ich nur sagen. War eine lehrreiche Runde, will ich sagen. Und damit war es das auch mit dem Glota 2. Leider, es war es das schon. Bringt Spaß, muss ich durchaus sagen. Aber man muss noch einiges lernen, weil ich... Also ich, für mich, ich finde es extrem schwer. Aber das ist wahrscheinlich eine Übungssache. Meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer schön Kommentare und ähnliches da. Bis dann!